wir sind aktuell im urlaub im hohen norden und sind aktuell beim kollegen sibas husum ich durfte ihm sogar über die schulter schauen eben beim dreschen der sommergerste der mehl drescher ist echt der hammer und jetzt sind wir hier noch am freigehege im auslauf und haben uns noch ein getränk geholt am hofladen und ja ich würde sagen ich zeige euch mal die aufnahmen die wir hier gemeinsam gemacht haben wir möchten uns auch bedanken also wirklich super nett empfangen das war echt schön so als würde man sich schon länger kennen genau als wird man sich schon seit ewigkeiten kennen hat man sich unterhalten wirklich mega nett mega lieb und auch dass man sich die zeit genommen hat gerade in so einer stressigen phase wie momentan die andere muss rein es muss gepresst werden und 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 alles klar ich denke genug gesappelt ihr bekommt jetzt die aufnahmen und dann verabschieden wir uns auch schon wieder für dieses video und machen uns noch eine schöne zeit wir sehen uns bis dahin und dann Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018